Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Demo zu Massaker at the Mirage. Ich bin gespannt. Es macht einen super gruseligen Eindruck und ich bin echt mal gespannt, wie es wird. Ich habe von dem Spiel noch nichts gesehen. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal rein. Let's go! Viel Spaß! Ich kann es nicht glauben, dass ich an Halloween arbeiten muss. Was qualms du denn da? Oh mein Gott, das will! Ich weiß nicht, warum er diese Schatzweißfilme immer so gerne im Oktober spielt. Arbeiten wir in einem Kino. Ach, okay. Letztendlich arbeite ich eigentlich hier alleine, aber ich bin froh, dass Ben da ist und mir ein bisschen Gesellschaft leistet. Lass, ich gehe mal lieber rein. Die Tür öffnen bald. Okay. Ah, da müssen wir wohl hin. Okay, ich habe noch nichts. Hi, Ben. Ach, heute bist du am Verkauf tätig, wie ich sehe. Ja. Wer weiß, was für Geister und Ghouls heute Nacht hier ankommen. Wer will so einen alten Schatz-Weiß-Büffel nach Halloween sehen, Mann? Ich weiß, ich würde lieber feiern gehen. Bill liebt nur mal diese Late-Night-Büffel-Shows. Also sind wir hier. Ich wünsche, dass wir nicht so wenige wären. Dann wird es manchmal nicht so hektisch werden. Äh, aber bevor Hexe möchte, dass wir erstmal die Tests für den Projektor durchführen, bevor wir die Nacht öffnen. Äh, ich glaube, er ist oben in den Office und wartet auf dich. Okay, gehe ich mal rein. Verkauf. Aha, cool. Da geht es auch raus. Ich muss oben erst mit Filz sprechen. Ah, das war aber schon ein guter Hinweis. Ah, cool. Okay. Das läuft super flüssig. Was für eine Demo? Ist irgendwas für mich? Ich habe einen Körper. Hi, Phil. Ben hat mir gesagt, dass du mich sehen möchtest. Oder eine Katze. Er hat ein Hörnchen. Ich weiß, du musst dir an die Snackbar, aber du musst mir auch meinen Filmprojektor helfen. Was soll ich tun? Ich brauche, dass du die Bildung von Eric in der Basement in den Basement holst. Und dann laden und testen den Filmprojektor. 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 Ich möchte einfach nur mal gecheckt haben, um zu sehen, dass wirklich alles funktioniert. Okay, das ist einfach genug. Ich gehe und das holen an Eric. Eine weitere Sache. Bevor du mit Eric gehst, kannst du bitte alles von den Trashen aus den Trashbinden nehmen. Und dann laden und testen den Filmprojektor. Ja, auch das noch. Oh, sicherlich, Boss. Okay. Ich soll den Müll einsammeln. Also hier war zum Beispiel Müll, aber den meinte er anscheinend nicht. Discus. Nee, den meinte er auch nicht. Okay. Wahrscheinlich Müll, der unten steht, denke ich immer, ne? Dass der für die Kunden nicht da oben steht. Okay, hier kann man auch nicht anfangen. Das ist ganz schön groß hier. Einmal. Ah, okay. Ladies Room. Zweimal. Menzu. Nochmal Müll. Noch mehr? Den hatten wir. Ich muss erst allen Müll aufsammeln, okay. Okay, gehen wir mal hier hoch, vielleicht... Wo komme ich denn hier hin? Ah, hier sind die Filmrollen. Okay, ähm, allen Müll, wo ist denn hier... Ich kann noch nicht raus. Irgendwo fehlt noch Müll. Ach so, vielleicht sollte ich hier mal gucken. Ach, guck mal hier. Noch mehr? Nein. Moment, äh... Wo bringe ich den Müll jetzt hin? Wahrscheinlich hinten irgendwo raus, ne? Aber... Wo? Entschuldigung, äh... Mein Gott. Hier. Ich hab's mit all the trash first. Ich hab' ich doch... Welcher Müll fehlt mir denn noch? Hier war kein Müll. Nee. Nee. Wir haben da... Können wir hier nochmal gucken. Nee, die gehen nicht auf, okay. Die vergessen? Nee. Den auch nicht. Das war irgendwie ein bisschen neblig, ne? Wo ist denn noch Müll? Wo ist denn noch Müll? Ach, Showroom. Ah, hm. Danke, ja. Okay. Updated. Jetzt... ... kann ich... ... den Müll ausbringen. Hier irgendwo. Also ich geh mal davon aus. Was ist denn das so neblig? Das ist ja ab... Ah! Excuse me, äh... Haben Sie ein bisschen Geld für mich? Verdammt doch mal! Haben Sie sich das heute anzuschleichen? Please, young lady. Help an old drunk get his booze for Halloween. Helfen Sie am altbetrunkenen hier an Halloween. Du sollst hier nicht rumhängen. Das ist private property. Geh, ich verschwinde. Okay. Okay. Was ist hier unten? Was soll ich von hier holen? Hey, Nika! Hi, Nika! Happy Halloween! Hey, Eric. How are things? Wie geht's dir? Siehst gut aus. Yeah! Nothing's gonna harsh my vibe tonight. That's for sure! Okay. Let's just say, I got my hands on some high quality brownies. You can have one if you like. Can I have one if you like? Maybe after work, I don't think I can handle working the snack bar. Okay. Phil sent me to grab the footage for tonight, so I can test it. Ich will den Film für heute Nacht holen. Phil's always worried about the show. But yeah, it's right on the table. It should be good to go. Thanks, Eric. Okay. Oh, by the way, I ran into that homeless man out back, hanging around the dumpster again. Okay. Ah, bummer! I'll head out back and make sure, the back gate is locked. Okay. Okay. So. Jetzt, ähm, ja, gehen wir den Film testen. Ob er auch wirklich läuft. Ob er auch wirklich läuft. Test footage. Nosferatu. Oh. 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 Er guckt sich das denn noch an. Oh. 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 Das ist ... Test-Fotage Ende. Okay, gut. Wunderbar. Wow, das Test-Fotage war eigentlich ein bisschen creepy. Ein bisschen creepy. Okay, ich gehe runter an die Snackbar und mache alles für die Show fertig. Okay, here we go. Pause drücken, ja. So, dann gehen wir mal an die Snackbox. Also an den Verkaufsstand unten. Wo geht es da eigentlich hin? Achso. Showroom. Hier. So. Auf geht's. Ah, okay. Ich soll sie begrüßen, ihnen geben, was sie haben möchten und ich wechsle immer zwischen Nika und der Snackbar, also zwischen Ben und Nika. Okay. Musik? Popcorn. Cheese Nachos. Tortilla Chips. Rätseln. Pizza. Getränke. Getränke. Soda. Ja. Soll ich nicht etwas da weggehen? Okay. Ja, kommt jetzt mal einer? Oh, okay. Äh, ja. Mein Gott, wie alt ist das Ding denn? Okay, jetzt wegs... Ah! Ach, cool! Ja! Some Snacks, please. Okay, äh... Chocolate, Vanilla, Ice Cream, Wood, Beer, Soda. Okay, da weiß ich erst mal gleich, wo es ist. Äh, Becher. Das haben wir schon mal. Oh, ich bin schon mal. Oh, ich bin schon mal. Einmal, äh, Vanilla, Ice Cream. Okay. Und Chocolate-Bars. Ich kann das nicht lesen. Nee. Wo haben wir denn Chocolate... Chocolate-Bars? Warte mal, Kumpel, geht gleich los. Äh... Ich kann es mal ausschalten, das ist, äh, gerade ein bisschen nervig. Äh... Hot Dogs. Chocolate-Bars. Ähm... Ja, und wo ist sein Getränk? Das habe ich immer noch schon... Ach so. Ah, jetzt... Okay, wunderbar. Viel Spaß bei der Show. Ah, ja, okay, jetzt... Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Mal gucken, wer jetzt kommt. Hm. Ah. Ja, schönes Kostüm. Ganz toll. Was bist du mit Teletubby? Gründer Bär. Dankeschön. So, ja, was darf es sein? Strawberry Ice Cream. Ja, das kriegen wir, äh... Das kriegen wir hin. Einmal. Dann, äh, Pizza. Äh, Knorst-Chocolate-Bar. Ja, den haben wir hier. Wunderbar. Und, äh, Tortilla-Chips. Ja, welche? Die da, ne? Ne, die da. Sehr schön. Viel Spaß. Das ist so neblig, ey. Das ist voll gruselig. Der kommt jetzt, der Eismann. Jetzt kommt der Kiraf. Oh, nee, ey. Wann willst du denn? Mach, 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 fahren Sie mal weiter. Hier gibt's nichts zu sehen, danke. Wir haben eigenes Eisnis zu verkaufen. Das war echt eigenartig. Ich muss mein Haar hier hinten so ab. Hier. Hier. Oh. So. Ein Frosch. Es ist cool gemacht. Ginger Ale-Soda. Äh. Äh. Ach, hier. Ginger Ale-Soda. Haben wir. So. Bediener-Eiscream und Chocolate-Eiscream. Zweimal Eis. Möchtest du. Okay. So, bitteschön. Gern doch. Okay, ich kann hier nicht gehen. Was ist das hier? Ich schalte, da kann ich. Okay. Mal gucken, was jetzt kommt. Ein Hexie. Hexie-Hex. Ja. Das ist ein Typ. Na gut, von mir aus. Guten Tag. Ist das ein Typ? Oh. Orange Soda. Äh. Orange Soda. Mama. Äh. Vanille-Eis und eine Brezel. Äh. Und, äh, ein... Vanille-Eis. Bitteschön. So eine Frau. Vor allem mal ein langer Hahn. Keine Ahnung. Mann, was ist denn mit dir? Was stimmt denn mit dir nicht? Der erinnert mich so voll an, an hier, äh... Die Art of Dingsbums. Keine Ahnung. Verpiss dich, ey. Sieht ja mal einigermaßen normal aus. Fast. Also ich hätte Schwarzer verkleidet. Das ist... Das ist... Gut. Tag. Brezel, Popcorn, Rotbier-Soda. Okay. Brezel. Äh, der, äh... Popcorn. Ach so. Erst mal abstellen. Okay. Popcorn. Richtig. Und Rotbier-Soda. Äh. 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 Ach so. Popcorn. Zauernfehler jetzt im Spiel. Na gut. Was denn das Mistding jetzt, das hier rumkraucht? Hey. Verziehe er sich, wenn er noch da ist. Okay. Okay. Guten Tag. Gummy bears. Nee. Da. Einmal Gummy bears. Starbill, Ice cream und Hotdog. Oh Gott, okay. Ja, möchte ich ja gerne... Äh. I can't carry anything more. Ach so. Okay, 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 okay. Das wusste ich nicht. Okay. Jetzt nochmal. Äh. Starbill, Ice cream. Krieg mal hin. So, Chocolate-Covered Peanuts. Das ist das hier wahrscheinlich, ne? Nee. Chocolate-Covered Peanuts. Gut, wir machen erst mal das, äh, Hotdog. Da, da weiß ich Bescheid. Ach so, Lustchen. So. Da hat er sein Hotdog. Und, äh, das war's nicht. Chocolate-Covered Peanuts. Das da? Nee. Das ist irgendeine Box. Die da? Ach, das sind die aber. Ach, die hat er schon. Was fehlt denn noch? Gummy Bears. Entschuldigung. So. Mein Fehler. Äh. Uh. Ach, nee. Es geht nix. Na gut. Was ist drin los? Nichts. Okay. Steht da hinten jemand? Da hinten steht irgendjemand. Okay. Okay. Ah, da kann ich was? Wo kommt das Ding hier? Ach, das hab ich gar nicht gesehen. Ja, sehr lustig. Hahaha. Shit, man. You scared the hell out of me. Mein Gott, hast mich erschreckt. That's a cool costume. Wollen Sie ein Ticket kaufen? Ja. Ja. Das ist keine Bezahlung. Aber wenn Sie den Film sehen wollen, Sie brauchen Geld, Mann. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hoffe, das ist irgendein Fake-Halloween-Ding. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, wir wollen jetzt auf den Pänner! Ja, wir finden hier nichts, okay. Wasser hier im Brunnen? Nee. Oh, das Tor ist aber noch offen. Das ist nicht zugemacht. Ich komme hier nicht rüber, scheiße. Hm. Nee. Hm. Wo soll ich denn hin? Das ist cool, dass man zwischen den Charakteren hin herschalten kann. Das ist richtig lustig. Ja, das ist mein Wagen. Mit einem alten Stück Pizza. Ja, und nun? Ich sage springen. Kann ich nicht. Ich habe auch nichts. Da ist das Tor noch offen. Aber da ist ein Tor. Moment. Ah, ich habe es nicht gesehen. So. Jetzt bist du wieder hier. Es lockt. Hm. So ein Mist. Ich finde hier auch nichts in den Containern. Was ist das? Was ist das? Das muss eine gute Nacht für euch sein. Hat er den Penner wohl erstochen? Ich hoffe, der Hobo sucht sich da nicht durch die Container. Äh, ich sollte mal nachgucken, ob ich das Tor wirklich abgeschlossen habe. Oh. Ja. Ist das Blut? Es führt in Richtung Park. Ich hoffe, er hat sich nicht selber verlässt. Ich sollte ihn mal nachsehen. Das ist eine Menge Blut. Da ist der Wagen. Ach du Scheiße. Chip or Treat. Das ist verdammt ekelhaft. Ich muss sofort reingehen. Ich muss auf den Weg gehen. Ich muss noch mal auf dem Weg gehen. Ich könnte ihn aus dem Weg gehen. Ich würde ihn einander wissen, was macht das Herkoll. Ich würde mich nicht anstrengen. Ich könnte ihn nicht anerkennen. Ich würde ihn jetzt nicht anerkennen sagen. Ichotta Anti-Bereich. Ich würde ihn nicht anerkennen. Boah, ey, für ne Demo echt schon krass. Ja, ich bin, da bin ich echt auf das Hauptgame gespannt. Das möchte ich auf jeden Fall spielen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Ich hoffe, ihr seid der gleiche Meinung. Ich muss mich erst mal erholen von diesem Blutbad. Wir sehen uns zum nächsten Display. Macht's gut und bis dann.